Ich frage dich Dirk, bist du bereit? Für was? Für ne Frucht. Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Elseworld. Heute habe ich wieder dabei den lieben Dirk. Und er ist auch der einzige der dabei ist. Nicht wahr? Sag doch mal Hallo. Joa, der Dirk ist dabei, ne? So, ich... Ich hatte natürlich wieder schöne Probleme, wie auch im letzten Part. War ja nett, ne? So ein Geruckel. Aber jetzt läuft es eigentlich wieder. Ich glaube, ich habe mit diesem Scheiß Skype-Virus angefangen. Der die ganze Zeit Nachrichten versteckt. Julian, merken, wenn ohne Begründung von irgendjemand aus der Skype-Niste kommt, ist es von dir die Fotos und da ist ein komischer Link nicht anklicken. Ja, das ist klar, ne? Aber da ist ja der Julian und denkt sich so, oh, Fotos an mir, da muss ich mir mal angucken. Ja. Egal, jetzt läuft es wieder. Und wenn denn kühle ich den Virus? So, heute müssen wir aber langsam mal, ähm, leveln, weil mir wurde gesagt, dass ich schon ganz schön zurückhänge. Was das Leveln angeht, mit der Partzahl. Ja, ja, wenn du einmal die Woche aufnimmst. Klar. Ja, allgemein, ich meine, ich habe jetzt, das hier ist der siebzigste Part, der siebzigste! Und somit mein längstes Let's Play, das ich jemals gemacht habe. Einmal Applaus an mich. Kräftig. Und sie meinten, das wäre doch schon ganz schön abendsinnig, dass ich erst hier bin. Also bei Level 27. Deswegen, Dirk, wir müssen jetzt volle Pulle reinhauen. Hast du nicht mit mehreren gleichzeitigem Let's Play angefangen? Mit mehreren Schafs, meine ich? Äh, nein, nur mit einem. Ach so. Gut, du bist abendsinnig. Mhm. Ja, ab und zu war mal ein Part dabei, da war mal so ein Typ, aber sonst. So. Wir müssen ins Krenluftschiff. Folge mir unauf. Und ich muss dumm rumspringen. Ach, wovor, wir müssen, ich muss in eine Gruppe rein, in eine Gruppe erstellen. Ja genau, springen rum, dann kann ich dich perfekt einladen. Nein. Reutersanfrage. Okay. Wir spielen übrigens mit Kontrollern. Ja. Ich spiele jetzt schon ganz Zeit mit Kontrollern. Hab mir jetzt dazu überredet, das auch zu tun. Ja, warum zu springen, Mann! Ich will dich doch einladen! Ja, kannst du. Mach, Ruhe. Ja, kann ich jetzt? Geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es ist kein Button. Es ist kein... Achso, eine debitbeschränkung. Fick dich. Tritt so bei. Geht nicht, ne? Ja. Ich wusste es. Gruppe verlassen. Gruppe erstellen. Ich hab jetzt meine auch. Gruppeneinladung. Gruppe schließen. Levelbeschränkung. Ich war noch in der anderen Gruppe, die du vorher aufgemacht hast, bevor du deinen Rechner neu gestärbt hast. Ach, da hast du. Das war das Problem. Äh, Krenluftschiff? Hat mir gesagt. Was? Krenluftschiff, oder? Krenluftschiff? Krenluftschiff? Oder? Wie sehe ich das jetzt? Was machen wir hier... Was machen wir hier eigentlich Level 50er? Ähm... Meistens in die Anfangsgebiete gehen und irgendwelche Leute als Schüler nerven. Ne? Bitte werde mal Schüler! Nicht mal. So wie ich oder wie? Genau. Ich hab übrigens 22 Wildstränke. Gib mal einen ab. Obwohl ich hab noch nie einen gebraucht. Noch nie. Ich hab schon drei gebraucht. Ich hab mal ganze Nacht gespielt. Wenn man in Borderlands 2 eine Willensanzeige hätte, dann hätte ich bestimmt schon 10 für den Tag benötigt. Das suchte ich ja montan. Boah! Was? Das ist da hinten erst das Krenluftschiff? Geheimer Garten. Was ist das denn jetzt? Das ist jetzt aber neu, oder? Ja. Alterra-Core. Alter, das haben wir alles noch gar nicht. Wollen wir mal... Was für... Geh weg! Ach, mein. Jetzt ist das so Nachrichtenweg. Du möchtest einen geheimen Schlüssel. Alter, wollen wir mal in den geheimen Garten gehen? Ähm... Ich glaube, dass das über uns ein Level ist. Bin mir nicht sicher. Wir können aber mal reingehen. So, jetzt brauche ich einen Postkasten. Postkasten! Den findest du nicht. Hier drum im kleinen Dorf. Ja, aber nicht hier. Oh, herrlich, ey. Wir laufen schon wieder stundenlang durch die Gegend. Und nichts passiert. Ne, keine Quest. Wie viel ED hast du? Äh... 1,4 Mille. 1,4 Mille? Ich hab grad mal 779.000. Ich hab sogar noch ziemlich wenig. Ich hab auch ziemlich wenig. Mein Bruder hat gestern in 30 Sekunden 30 Mille gemacht. Ja, gut. Ich verschenke auch so viel. Ja, geh zur Postkast und hol dir die Kackwurst ab. Ähm, ich habe schon die Schlüssel. Die was? Die Schlüssel? Ah, hast du ihn schon? Ja, ja. Ich hab das schon angenommen. Zumindest, äh, abgeholt. Achso, ja. Und da auch den Geheimgarten-Quest angenommen. Du musst auch annehmen. Ach, genau. Gibt's für Mützsicherheit. Der Quest für... Steht sogar ein E-Buy. Das ist Mützsicherheit. Voll übel. Porno oder Ding. Quests... Der geheime Garten. Einmal durchmachen. Gibt's... Oh, zufalls voll die geilen Sachen. Der Dirk. Will mal sagen. Aber in den geheimen Garten, ne? Wo bist'n du jetzt eigentlich? Äh, du musst dazu nach... Steht auf dem Schild. Nach Altera-Insel. Ja, das war ich vorher. Rennen. Ich muss mich erst noch an dem Pad gewöhnen, ja? Op... Optimales Level. 1-60. Sollte also klappen. Wobei... Ja, weil... Ich lieg... Etwas zwischendrinne. Du liegst etwas, äh... Untendrinne. Ich wette, er... Orientiert sich nach dem Stärksten. Aus der Gruppe oder so. Das heißt, wegen dir... Werde ich ganz schön abnuben. Kommst du jetzt? Bin ja dabei. Das ist doch nichts passiert, Leute. Die Leute langweilen sich doch schon. Mach bereit. Bin da. So, Geheimat Dungeon. 3, 2, 1. Mainz. Ebay. Dein 1 für alles. So. Du Mehrbuchmacher, du. Und wieder 200 Euro verdient. Ja. Mhm. Und was ist mit meinem Anteil? Kann der Spaß jetzt losgehen? Ich hab voll Angst, ey. Hi. Weiii. Lalalalalalalalalala. Ach, geht doch. Ah, das geht noch. Ja. Also sie werden dein Level haben. Weil ich komm mir recht gut klar. Und du kommst anscheinend sehr gut klar. Und du kommst anscheinend sehr gut klar. Au. Weil irgendwie ziehen die ja mehr ab. Und ich kann sagen, helf mir doch hier bitte mal. Dreck. Ey, Ingame ist immer zu laut. Ich hab den fast auf Minimum, ey. Ist ja der Wahnsinn. Weil darunter geht dann nicht. Alter, ich bin gleich down. Was ist denn das hier schon wieder? Genau. Werf ihn hoch, damit ich ihn nicht treffen kann. Scheiße, keinem. Aber das mit dem Schatten-Dings da, wo es da schritt. Oder wie auch immer der Dreck heißt, den ich auf S gelegt hab. Der... Ach Gott, nein! Hoch, hoch! Aber mit dem... Mit dem Pad krieg ich viel besser diesen... Häufigen Angriff hin. Ja, weil du damit nämlich, äh... Ja, besser schlagen kannst. Das ist einfach so. Deswegen benutze ich ja auch jetzt das Pad. Hab ich ja damals benutzt für Shang. Weil mit Shang geht das nämlich richtig gut. Erst Abschnitt geschafft. Na, 5 Stunden. Benutzt es jetzt halt für Treppe. Au. Ich bin sprachlos. Und riesig. Also die schnackeln mir grad durch. Wir haben heute ne Special-Folge. Der Heimelgarten. Und hinten kauf ich nix. Aua! Wer kauft schon von hinten was? Von hinten? Wieso von hinten? Boah! Leck mich! Ah, jetzt weiß ich was ich falsch mache. So muss das. So! Boah! So! Hier ist noch ein Monster. Ähm, ich habe Probleme. Oh. Gut, dass ich so viele Heiltränke habe. Was sind das für geile Heiltränke, ey? Die füllen ja gut was auf. Ich habe schon meinen Spezial-Modus, alter. Ey! Geh die ab! Hilf mir! Ah! Ich will nicht sterben! Oh! Ja, war klar. Alter! Ich hätte dich gebraucht! Ich war da hinten beschäftigt mit den Monstern. Das ist doch schwierig, ey! Aber das schaffen wir! Äh, es ist leichter als ich gedacht habe. Sagen wir so, ne? Ähm! Was sind das für Fischer? Hässlich! Doof! Kriegt Donnerschlag ab! Und Erdenzerstörer! Ja! Und Erdenzerstörer! Also ich sehe es doch nach dir! Weil ich ziehe dir nicht so viel ab wie du! Oh! 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 Ich habe hier noch vor! Oh! 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 Ich hab mich mit dem S, mit dem Rennen hochgeschlagen und mit Klinge der Berserker runtergelaufen. Ich mag es gut anstatt zu springen. So. Wow, der ist lauer. Alter, lass mich doch auch mal zum Zug kommen. Machen sie Drogen oder was? Nein, dreckigen Homos. Nein! Warte mal hier auf dieser geraden Ebene kämpfen, weil auf dieser schrägen kannst du echt scheiße springen. Achtung! Ah, ist da vorne zerdöselt. Ja? Ich hab noch zwei Heildrenke. Kannst du in diesem Dungeon XP bekommen? Oh mein Gott! Nein! Nein! Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht drauf geachtet? Da steht Opa wie unter der Minikarte, dass ich keine XP bekommen kann. Guck mal die beiden an! Was? Nein! Au! Willst du mich verarschen? Nein! Oh Gott, nein! Oh, wie riesig das Viech ist! Au! 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 Unser! Oh, voll unfair, du scheiß Cheater ey! Er pisst dich von unserem Server! Au! Au! Er hat ja nur noch 18 Balken, das schaffen wir schon! Au! Verdammt! Wie war's? Wie war's? War's tot? Ja! Ich brauch mehr von diesen geilen Heildrenke ey! Die sind voll ethnisch! Ich voll hit! Genau, die Hure! Boah, ist das ein Viech ey! Und eine verdammte Kackhochnerfensäge! Oh wow! Wuhuhohohoho! Oh wow wie geil! Nein! Ich renne ich jedes Mal in die Attacke rein! Und diese Welle ne? Da muss ich doch mal anzugreifen! Dann muss ich aufhalten! Alter, hör doch mal auf anzugreifen! Oh ey ey! Boah! Oh ne, bin mitten zu der Attacke reingekommen! Hier müsste irgendwo jetzt... Du bist schon wieder gestorben? Was, er hat sich geheilt? Was, das ist so ein Ohrenboch? Wie, hat... Nein! Komm da runter! Ich bin hinter ihm... Das ist hier doch nicht falsch. Er hat sich geheilt, oder? Er hat sich, glaube ich, nicht geheilt, ja. Ich bin jetzt hinter ihm. Nein, die bin gestorben. So geht das... Oh, ja, er mit seinem Laser. Richtig. Was ist das, so ein Endboss? Ich wette, das ist noch nicht mein Endboss. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, was die Gegner angeht. Ich wette, das ist noch lange nicht das Ende. Oh, es geht hier ab, ey. Ich heul gleich, ich schwör's. Ich bin aber nicht. Ich bin schon wieder tot. Oh nein, hätten wir die Dungeon mal nicht angefangen. Ich habe keinen Bock mehr. Na gut, dass ich mir die Lebenssteine alle kaufen kann. Ja, ey, weißt du, er mit seinem Kack-Laser und zieht mir einfach die halbe Leiste ab. Oh, weißt du, du bist ein richtiger Spacken. Dann heil dich noch einmal, Junge, dann bist du ober dran. Der ganz hat diese scheiß Kugel getroffen. Pet, hilfst du auch mal mit. Ich bin schon wieder tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich bin am Leben. Komm, die Hälfte haben wir geschafft, Mann. Und die Hälfte der Lebenssteine ist auch schon weg. Also schaffen wir das. Wieso, ich habe nur fünf bis zu der Verbrauch. Das sollte lustig klingen. Oh, die Kack hat mich noch getroffen. Ah, du kleiner Kack-Bohn. Ja klar, ich schlag ihn und das juckt ihm nicht die Bohne, oder was? Boah, Junge, Alter. Jetzt will das wissen. Er hat mich, glaube ich, hat wieder Dorn gemacht, ey. Scheiße. Er hat schon wieder 13 leisten. Ja, da kann ich nachher auf jeden Fall erstmal in den Shop fahren. Also in den Shop geht und mir neue Lebensstelle kaufen. So, ich brauche mal wieder neue Schüler. Werfe ich freiwillig meiner? Ja genau, wenn einer von euch noch ganz niedrig ist, wir bräuchten Schüler-Lebensteine. Also ich nicht unbedingt, ich kann mir die kaufen. Aber helfe dem Dirk doch bitte mal, weil ich meine, wir verbrauchen hier echt eine ganze Menge. Ich hau einfach nur drauf. Scheiße auf die Lebenssteine. Scheiße. Oh, Kack-Bohn. Oh, Kack-Bohn. Deine Mutter hat sich heute Abend bei mir beschwert. Obwohl er ich versuche jetzt einen Witz draus zu machen, und irgendwie klang einfach scheiße. Ich habe kein Mana mehr. Ich ziehe mich mal ganz kurz zurück. Dirk, bitte, ich muss das schaffen. Ich will sehen, was mir dafür als das ist gerade mal der erste von 20 Bossen. Glaubt mir. Ich bin mir so sicher. Ich werde ihn gerade zu einer denken, die glauben, das ist am Ende. Oh, Gott, weißt du? Komm, die drei Balken hauen wir ihn jetzt auch noch weg. Drei Balken sind nur noch. Komm, die hauen wir weg. Ich sehe, wie ich bin. Achso, ich bin tot. Ich sehe gar nichts. Ich war die ganze in der Ecke festzüchst. Ja, komm, der dreht sich so schnell um, das ist doch nicht normal. Ah, auf der Attacke ausgetrickst. Komm, eine Leistung noch, eine Leistung noch. Jetzt darf er sich nur nicht heilen. Alter, wie schnell kann der bitte hintereinander angreifen. Das ist doch nicht normal. Was haben sich die Entwickler bei dem Gegner gedacht? Nicht flamen, sondern aimen. Ja! Ja! Junge! Oh, Kack, Boon! Fahrt super. Öl, Öl, Rob. Jetzt drop das geilste Zeug in der Hütte, Junge. Dann bin ich aber sauer. Ich krieg' dafür noch nicht mehr XP für den Dungeon. Zaubersteine erhalten. Jetzt fängt es Spielern zu ruckeln. Also die Aufnahme super. Wenigstens jetzt anstatt vor. S, 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 aber, aber, Zeit, Ich wollte schon gerade Ich hab ein L-Dritt-Stück gekriegt. Ein L-Dritt-Stück? Ja, wo sind wir denn hier? Wenn dich tasty und singt, Dann hab ich es j HD bei dir.